So, Statistik, Achtung, BÄM! Seht ihr? Da! Ja, ich weiß, sau gut und so. Oh ja, oh, guck dich das an. Oh, mhm, mhm, ja, mhm. Hier. Ähm, äh, gut und so. Insel Kark schon wieder? Insel Kark, ich will dich nicht, denn du bist so kark. Over! Ich hab was erobert, over! Ich hab mal die... Alter! Ich mach die Drecksaufwärtig! Scheiße! Was ist so los? Was ist das? Oh, Alter. Da hätten sie noch einen Panzer. Oh mein Gott. Bitte fahr einfach weiter. Ja! Ja? Zum Glück bist du nicht... Zum Glück haben wir alle eliminiert. Oh, Alter! 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 Ja, kann mich eh nicht! Willst du aber nicht auf den Panzer drauf schießen? Hallo! Ach, ich bin jetzt Klaus... Klaus Kinski. Aufheben! Ich bin... Ich bin da. Oh, bin ich müde! Ich hab so nachts so wenig geschlafen. So wenig geschlafen. Aber naja... Verdammt nochmal! Fahren ist schon schwierig. Also, das Fahren ist schon ein bisschen schwierig. Maaah! Achtung! Achtung! Morgen früh ist die Nacht rum. Bamm! Tja, ist mir völlig egal. Ist mir kackegal, Alter! Und ich mach dich kaputt sowieso und sowas. Wo ist der Feind, der mich jetzt daran hindert? Die Scheiße hier einzunehmen? Im Heli fliegen sie rum. Im Heli! Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein jeger... Ho, ho, ho! Oh Gott, was mach ich? Auf mich aufmerksam, richtig! Woohoo! Na, 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 na! Woohoo! Ist hier mein Medikit? Ne, ne? So, du Arsch! Zum Glück hatte er diese Lampe an. Nur dadurch hab ich... konnte ich richtig... Ich hab einfach auf die Lampe gezielt. Tja, gut, ich mein, der weiß doch, ich ist ja mit nem Brot spielen, nicht wahr? Jaja, Granate. Ich bin doch schon längst fort. Längst über alle Berge. Du alter Affezippel. Oh! Oh oh. Wenn der weiter reinfährt, hab ich geschissen. Macht er bestimmt nicht. Das ist ein Liebergegner. Ganz Liebergegner. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte ne! Fahr nicht rein! Panzer, bitte! Bleib weg, du Arschloch! Ah, C4-Sprengstoff! Sehr gut! Gut gemacht! Und da hinten kommt zwar wieder ein Panzer angefahren, aber das ist mir völlig bumms. Ich hol mir mein Jeep und verpiss mich, weil das... Was langt man jetzt? Oh, da vorne kommt ein Jeep angefahren! Ich bin aber weg! Woohoo! Wie kann man nochmal Plätze wechseln auf F1? Oh geil! Oh geil! Oh geil! Hallo! Oh pfff! Leute, eine kleine Weisheit! Bleibt nicht auf Treppen stehen! Denn Treppen sind zum Gehen! Und wenn ihr steht, sterbt ihr. Das gehört sogar voll viel und so. Geil! Erster? Was? Achter? Das bin ich aber nicht von mir gewohnt, dass ich so schlecht bin. Also wirklich. Warum ist das eigentlich auf Deutsch? Was ist das los? Wer war das? Wer hat das gemacht? Wer war das von euch? Oh fuck... Oh, das war so behindert verkackt Scheißidee. Ah, oh, hallo. Ah, ich hasse sowas. Eigentlich beide einfache Kills. Und ich Arschkind, das muss ich rausschneiden. Ich Arschkind, drehe mich da rum und schieße auf einen, der schon am Wegrennen ist und sein Maid. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Warte mal. Oh, da ist ein Feind. So ein Scheiß. Ich bin so ein bisschen aggressiv gerade. Was ist denn hier los? Ach Gott, ach Gott, Mensch, warum bin ich denn so aggressiv? Hey, hey, Jacqueline. What is that? Wo kommt das denn her? Ich bin doch eigentlich so ungern aggressiv. Oh, ich würde ihn so gern treffen. Ich würde ihn so gern treffen. Wo springt der hin? Dahin? Es sind sogar zwei. So gesehen. Zwei Schniedelpeter, die da gerannt sind. Oh, oh. Und ich muss gerade nachladen. Beziehungsweise, und ich lade einfach nach. Oh, yeah. Kopftreffer. Ich liebe es zu... Hey, ich spinne doch, gell? Geh mal weg, mein Freund. Ich schnüppere hier. Feindlicher Panzer. Feindlicher Sniper. So, shit. Ist er tot? Ist er wunderschön? Ist er gestorben? Oh, Gott. Was ein Pech, oder? Ich bin schon leicht mit Pech behaftet. Das war jetzt Pech. Er ist richtig rausgefallen aus dem Fenster. Au, au, au. Wir haben einen feindlichen Schafschützen gesichtet. Achtung. Wir haben einen feindlichen Kotschützen gesichtet. Achtung. Vorsicht. Vorsicht, ein Panzer schiebt einen Jeep umher. Vorsicht. Achtung. Achtung, Jet. Zack. Kill in der Arsch. Es wär so schön, wenn ihr einfach sterben würdet. Ihr Schweine, sterbet. Da, la, la, la. Ha, 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 ha. La, 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 la. Berge ist schon ziemlich geil, aber nicht so gut. Oder vielleicht doch. Saubere Arbeit. Das Einsatzziel wurde erobert. Saubere Arbeit. Menschen und Kinder. Habt ihr gut gemacht. Gibt ein Eis später. Für die ganze Truppe. Eine Runde noch, aber dann auf einer anderen Map. Jetzt nicht schon wieder scheiße. Ja, die ganzen Orden, die ich da immer bekomme, ist schon echt krass. Also immer diese ganzen Orden und so und die ganze Fanpost und Schlüpfer in der Müsli. Das stört mich immer voll.